Es wird allgemein empfohlen, sich gut zu erholen. Der Dachsblatt! Drum sucht sich jede Katz ihren Lieblingsplatz. Katze auf Couch ist der härteste Job der Welt. Wer will schon einen Fluss? Es heißt, er zwickt so. So ein Tagesplan ist komplett für die Katz, wenn man ein Floh hat. Wenn Sie selbst mal ein Floh haben, werden Sie bitte nicht panisch, sondern versuchen Sie einfach, das Tier wieder loszuwerden. Miau, Miau, Miau! Wof, 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 w